Ich bin schon wieder so. Wieso bin ich früher als Gott wieder? Früher so kann ich sein. Ja, ich auch nicht. Ich hab so Bock. Und er versucht wieder die offene Beta zu schicken. Vielleicht gelingt sie wieder dies, oder? Ja, wie? Haft. Ich glaube, das ist ein Haft. Kennst du nicht, aber... Da hab ich hier einer gerade fast rausgesnipert, ey. Und unsere zweite Jiga macht nichts anderes, als uns zu treuen. Ich schieße die ganze Zeit auf uns. Okay. Der Typ ist ehrlich gesagt nicht gerade der... Beste Pilot. Bist du RIP oder wie? Der Typ ist gerade so richtig in den Felsen reingeflogen. Sturzflug. German Wings. Boah. Da hab ich aber gerade schneller geschossen als Vollautomatik. Der ist gerade... Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. eeeh, Oh, Call of Duty. Gooder Call of Duty, richtig. Oder Counter-Strike. Naja, bei Counter-Strike bist du ja immerhin ungenau dann. Das war nicht so clever, was ich hier gerade getan habe. Schnauze. Ich hab's überlebt. Knapp. Voll geil, weißt du, ich spring erst auf ein Fahrzeug auf, dann erstmal oben auf ein Geschütz, dann so, nein, ich will nicht auf ein Geschütz, ich will eigentlich fahren. Und dann während ich anfange, mich auf den Fahrer so zu begeben, fahr ich schon los. Boah, ist der fette Dude jetzt tot? Habe ich hier einen drauf bei mir? Ich hasse das so. Boah. Boah. Das war's, ne? Das ist die Bombe. Ja. Und die Bombe ist jetzt zurück. Zurück. Ja, gut, dass ich fahre, was? Ja. Wir fallen jetzt übrigens zur Echo. Ich hab mich gerade eiskalt rausgesnippt aus dem Fahrersitz. Ach so, du bist nicht mehr drin, ne? Ne, ich wurde aus dem Fahrersitz gesnippt. Der Bombe ist jetzt weg. Ich bin trotzdem, Echo. Das Team wird sich schon noch gemacht, ja, eben wohin. Das war schon so gut wie drüber. Du bist halt der Einzige, der das... Aber einer der wenigen das überhaupt anwenden, die das für Medics rufen. Die meisten... killen sich einfach direkt richtig auf. Ah, wenn ich in meinem Team sterbe? We have lost objective apples. Oh, lol. Ich glaub, der hat hier sich geostle-powered. We have taken objective Freddy. Ja, das ist mal relativ ausgeglich, ne? Ja. Mhm. Oh, ich hab ammo bekommen. We are losing objective Freddy. Ähm. Wo bist du denn gerade ist denn? Ich bin schon auf 11. Oh, ich hab ammo bekommen. Oh, ich hab ammo bekommen. Ähm. Wo bist du denn gerade ist denn? Weißen die ganzen Menge. Oh, ich hab dazu wettet. Oh. Oh, das ist ja. Oh, Gott. Oh. 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 Wir haben die Objektivität verloren. Und 1, 2, 3, 4 Oh Gott, hier gehe ich ja direkt, Alter We have lost Objective Trotter We have taken Objective Duff Keinen Support hier von den Bonobo Mates Ich bin längst tot Aber hab halt keinen Support von den ganzen Bonobo Mates bekommen So, ich lass mich jetzt in den letzten paar Sekunden nochmal raussnipen oder was?